Hallo Leute, ich bin Ahmet, ich bin Zaffer, ich bin Zaffer, ich bin Zaffer, wir spielen euch Nick Hawk, Zaffer und Fertig spielen gegeneinander, bis das Ziel ist, einer von denen muss auf die andere Seite kommen und dabei können sie sich auch mit Messer, oder auch mit Fäusten und gegenseitig zu killen und ich darf das spielen. Es gibt vier verschiedene Maps und einer davon heißt Kastle und da spielen die auch und ich darf das spielen. Der gelbe ist Ferit und der orange ist Zaffer. Ja, wir spielen auch von Hamburg, vom Play 14 Event, da gibt es mehrere Tagesworkshops und wir sind im Workshop Let's Play. Ja, und wir müssen halt Let's Play. Und jetzt spielt Zaffer und Zaffer und fährt gegeneinander. Das Spiel macht Spaß, weil man sich auch erstens gegenseitig kennt. Und was macht euch Spaß daran? Mir macht es Spaß, dass man das zusammenspielen kann mit anderen Freunden oder man kann auch online spielen. Und das Spiel macht es richtig. Also, das kann auch kleine Kinder spielen. Also nicht nur große, aber das macht auch Spaß. Man kann sich, wie Ferd gesagt hat, man kann sich messen. Also, jetzt sind wir glaube ich in der zweiten Etage. Etage oder Etappe. Ja, und Gratis-Glow und Gratis-Glow und der Gelbe am Gewinn und das ist Ferit. Und er ist in der Finale. Und wir kommen auf Zaffer und Zaffer und der Gewinner ist Ferit. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ciao. Tschüss.